Ich heisse Fernanda Bruin. Ich arbeite schon ein bisschen mehr als über ein Jahr als die Prämierte Pflegefachfrau FH in der Klinik Hirslande. Ich schätze sehr, dass ich auf einer interdisziplinären Station arbeite, weil ich wirklich von allen Krankheitsbildern etwas sehe, viel profitiere, viel lerne und es ist sehr abwechslungsreich. Die Helligkeit, die Aussicht an den Zürichsee, das schätze ich sehr. Also direkt nach dem Bachelorstudiengang kommt man schon ein bisschen auf die Welt, wenn man dann gerade am Bett arbeitet und nicht mehr einfach alles Theorie ist, sondern auch viel Praxis dazukommt. Und ich habe mich eigentlich stets wirklich unterstützt gefühlt von meinen Mitarbeitern. Die sind sich das auch bewusst gewesen und haben mir auch Schritt für Schritt eigentlich erklärt, was und wie ich was machen muss. Jetzt habe ich dir schon ganz viel erzählt. Komm doch vorbei, komm geschnuppern, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.